meine weltzeit gleicht einem sauhaufen ich glaube meine frau macht gar nichts mehr das gefühl bevor wir das erste video machen würde ich sagen muss das mal aufruhen wir räumen erstmal auf bevor irgendwas passiert es ist es ist es ist es 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 Untertitelung. BR 2018 So, die Zeit ist reif. Wollen wir mal gucken, ob er jodelt, ne? Ja, war wohl doch nichts. So, alles wieder so halbwegs aufgeräumt. Ja, kein Nerv, aber wir Handwerker kennen das. Da willst du nur kurz ein Bild von deiner Schwiegermutter im Wohnzimmer aufhängen. Du brauchst einen Hammer und Nagel aus deiner Werkstatt und dann sieht das danach aus wie Sau. Also, ich habe eine Menge Heimwerker-Projekte dieses Jahr noch. Und wir werden noch viel Spaß zusammen haben, glaube ich. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank. Ehrlich ist es hier wieder ein bisschen aufgeräumt.